So, heute sind die Bürsten von Gearbest gekommen, Make-up Bürsten, einmal hier für die Foundation, voll weich, voll zart, ja man sieht es stehen ein paar Jahre über, aber ich sag das macht jetzt nicht das Kraut fett, hier eine schmalere Bürste, auch sehr weich, noch eine, ein bisschen schmaler oder ein bisschen kürzer als die andere, sieht man hier, und eine runde Bürste, auch sehr sehr weich, ich habe schon ein Gesicht, mich etwas gebürstet, sag ich jetzt mal, trocken gebürstet, und es ist sehr sehr angenehm, sehr weich.